Wir zeigen euch jetzt einmal die Kombination der beiden Kindertselemente Flexbase 5Z und der Babyschale BabySafe 3 von Mercedes-Benz, um eben den Vorteil zu zeigen, dass es sehr komfortabel ist, den Säugling dann eben in die Babyschale zu setzen. Und zwar ist das hier unser Säugling, unser Robert. Den setzen wir einmal in die Babyschale und nehmen den Gurt und führen den hier entsprechend dann vorbei. Dann befestigen wir den Gurt über das Dreipunktsystem und können dann über die Ratsche hier unten den Gurt dann auch festziehen. Und jetzt kommt der Riesenvorteil, das habe ich alles gemacht aus einer vernünftigen Rückenposition. Ich muss also nicht weit ins Fahrzeug und verdrehe mir eben wie den Rücken. Und jetzt kann ich die Kindersitzschale einfach drehen, sie rastet ein und damit ist das Kind geführt. Ich habe dann aber noch einen weiteren Vorteil und zwar habe ich hier noch weitere Liegepositionen, Liegeposition 1 und 2 und 3, um dann eben das Baby noch wirklich in eine Schlafposition zu bringen. Ich drehe dann wieder einfach die Babyschale zurück und dann ist sie fix eingerastet und damit ist das Baby sicher im Fahrzeug unterwegs mit dir. Bestell die Kombination aus Flexbase 5Z und BabySafe 3 jetzt im Rosier Onlineshop.